Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Sie sind immer noch mit der NURS Quest beschäftigt. Ich glaube, ich muss drei Minuten handeln. Noch? Ja, drei Minuten noch. Und, ähm, was war das andere? Ich glaube, dreimal oder viermal noch hitten. Ich glaube, viermal. Beim letzten Mal habe ich nicht so viele gehittet, das war ja auch eher so ein Wäscheaufhäng im Keller. Ähm, war alles lieb gemeint von den Leuten, aber wenn ich merke, dass da jemand in den Keller rennt, dann, äh, ja. Ne? Dann glaube ich dann, ich glaube, da hinten war einer. Dann glaube ich dann natürlich direkt zum Keller. Und, äh, ich glaube, da neben ihm gerät. Okay, dann gehen wir mal zurück Wollte da jemand meinen Haken sabotieren? Der Dwight sicherlich Ich hätte einfach mich direkt um die Nähe kümmern sollen Da waren sie noch nicht dran an dem Moderator Ich glaube, das wird diesmal eine Nullrunde Ich glaube, das ist eine Nullrunde Ernsthaft? Ja, also liebe Leute, das wird definitiv diesmal nur Neuron, ne? Es tut mir leid. Ah, da war der Dwight. Ah, da war der Dwight. Ah, da war der Dwight. ется locker. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Warum ist die jetzt auf einmal wieder weg? Da ist er. Da ist er. Okay. Das ist eine Vierergruppe. Also zumindest war es, also ich meine, es war auf jeden Fall eine Zweiergruppe, aber die hier sind, die arbeiten ja echt gut zusammen, hey. Das ist eine Vierergruppe. Die Abflückung war gut. Ich glaub da hinten. Alter! Sorry Leute, aber ich glaub momentan... Tja damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, wa? Hier are no hooks left. Du warst schon einmal auf dem... Was zum Gehner soll das? Die ist runtergelaufen, oder? Das sah grad so aus. Sorry Leute! Gut zu wissen. Hier ist die Hedge. Hier ist die Hedge. Hier ist die Hedge. Gut. Damitgeht nicht lang ruhig. Okay. Ich habe sie hier gerade gehört. Ich habe sie gerade gehört. Oh, die hat kein Adrenalin, oder was? Ich weiß nicht, ich bin heute irgendwie ein bisschen... Wahrscheinlich kämpft hier die Hedge... War die nicht hier? Ich war doch hier irgendwo Ach, direkt vorm Ausgang wahrscheinlich, oder? Naja, aber ganz ehrlich, sie wird jetzt so oder so entkommen durch die Hedge. Das eine Tor, was schon auf ist... Naja, ich bestell mich mal an der Hedge hin. Hier ist auf jeden Fall definitiv nicht raus. Naja. Also, das war jetzt grad... Ich weiß auch nicht. Ja! Wir haben elf von elf jetzt, Leute. Hex... Sponshell... Ja, das war der... Der war gut. Die Mech. So, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ähm... Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann! Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!